Hallo zusammen und herzlich willkommen hier wieder bei LS 2015 eine weitere Mod- vorstellung und zwar den Fahrgassen-Mod. Ja was macht ihr? Ich nehme jetzt als Beispiel, wenn ich den Mähdrescher anschalte und erstmal aufklappe und dann zum Beispiel hier Mähdrescher, dann verschwindet ja das ganze Weizen. So, das kennt ja jeder, ist ja klar. So, aber wenn ich den jetzt hochlade, lass und nicht anschalte und dann reinfahre, dann passiert auch folgendes. Das Weizen verschwindet auch, genau da wo die Räder sind, so wie im realen Leben auch. Das sind sozusagen die Fahrgassen, da wird ja das Weizen niedergefahren. Dasselbe funktioniert natürlich auch mit ganz anderen Fahrzeugen, zum Beispiel nehmen wir hier mal den Schlepper mit Anhängern, fahren mal rein und da passiert das genauso. Ihr seht, es verschwindet schon und je mehr er rumfährt, desto schlimmer wird es dann. Also das ist sicher ein Multiplischer sehr spitze, damit nicht alle immer durchs ganze Gras fahren und zum Beispiel hier den Mähdrescher so abdanken würden, sondern einfach wirklich real erfahren. Jetzt sieht man schon, das funktioniert. Ihr müsst dann natürlich auch aufpassen bei Mähdrescher und so, dass ihr dann nicht beim Umdrehen dann immer ins Gras reinfährt, sondern wirklich vorsichtig fährt. Sonst klappt das nicht ganz so. Gut, dann würde ich fast sagen, das war's auch schon zu dem Mod. Mehr gibt es dazu nicht sagen. Er ist komplett fehlerfrei und ist automatisch in jedem Fahrzeug verbaut. Das ist auch cool. Gut, dann viel Spaß. Macht's gut, lasst ein Like und Daumen da und schaut auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr jede Menge andere Videos. Bis dann!